Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch berichten, wie positiv ein Kalkanstrich für Bäume ist. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt unbedingt dran, denn direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich! Ein weißer Kalkanstrich an Bäumen reflektiert die Sonnenstrahlung und sorgt dafür, dass sich die Baumrinde nicht ausdehnt und somit anfängt, Risse zu bekommen. Das sieht man schon an der Birke, denn deswegen ist die Birke auch weiß. Sie steht meist am Wald des Rand und ist sehr der Sonne ausgesetzt und daher hat sie diese weiße, schützende Rinde. Wenn ein Baum nicht zu viele Risse hat, dann wird er vor Frost und vor Eindringlingen und Schädlingen geschützt. Und somit auch vor Krankheitserregern. Außerdem hat Kalk einen hohen pH-Wert und wirkt daher sehr stark alkalisch. Und aus diesem Grund natürlich antibakteriell. Also es hat viele Vorteile, wenn ihr euren Bäumen einen Kalkanstrich gebt. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr noch weitere Vorteile wisst, ob ihr dies schon wusstet, ob ihr das vielleicht sogar mit euren Bäumen macht. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald.